Wir wollen volle Gerechtigkeit für Ahmaud Arbery, sagt dieser Mann vor dem Gerichtsgebäude in Brunswick im US-Bundesstaat Georgia. Am Montag hat dort die Auswahl der Geschworenen für den Prozess gegen drei weiße Männer begonnen, denen vorgeworfen wird, Arbery ermordet zu haben. Arbery war in einer überwiegend weißen Nachbarschaft joggen, als er von den Angeklagten verfolgt und angegriffen wurde. Zu ihren Festnahmen war es erst gekommen, nachdem ein verstörendes Video der Tat aufgetaucht war. Die Aufnahmen hatten die Rassismusdebatte in den USA weiter angefacht. Alle drei Angeklagten haben auf nicht schuldig plädiert. Sie behaupten, sie hätten Arbery verfolgt, um ihn zu verhaften. Einer von ihnen habe Arbery dann in Selbstverteidigung mit einer Schrotflinte getötet. Die Anwälte der Verteidigung behaupten, die Angeklagten hätten Arbery verdächtigt, weil er in ein nahegelegenes, im Bau befindliches Haus gegangen sei. Arberys Familie und seine Unterstützer behaupten dagegen, er sei ins Visier genommen worden, weil er schwarz war. Die drei Angeklagten wurden im April von der Staatsanwaltschaft des US-Justizministeriums auch wegen Hassverbrechen und Versuch der Entführung angeklagt. Dieser Prozess soll im Februar nächsten Jahres beginnen. Die Mutter des Getöteten sagte, sie hoffe, dass der Prozess Gerechtigkeit für den Tod ihres Sohnes bringen werde.